Ich sage einfach mal nur den Servernamen, dann wird es nicht so leicht für die Zuschauer raufzukommen und vor allem dauert es länger, als wenn alle gleichzeitig die Server-IP connecten. Das ist mal hier tricky. Und zwar ist der Server Dust2 Only by Kamikaze Clan EU. So, da sind doch schon ein paar drauf. Auf geht's. Habe ich hier eine Friends-List oder was? Alle hinterher connected. So, meine Freunde, erstmal Headshot gucken, ob Friendly Fire ist an. Direkt mal Allang-Safe machen. Dann habt ihr die ersten gekriegt wie Tenpol, aber dann kam hier Kamikaze Pansi. Nicht mal mehr Trial, direkt aufgenommen. Direkt vor dem Member. Kannst du ja mal bewerben bei ihm. Ich habe sogar noch... Achso, der Saw at Cocaine Overdosis. Das ist wahrscheinlich hier mein Teammate, ja. Homo First Hound at Nords ist wahrscheinlich einer von uns. Hier hast du aber auch einen schönen... Äh... Hä? Hier hast du aber auch einen schönen Ping mit 8. Ja, hab ich hier eigentlich auch. Fast einen guten Ping wie ich zu Hause. Der oben, der spielt auch von hier. Echt, ne? Irgendeiner hier... Der Klon ist bestimmt nicht aus der Regie oder so. So, Schande. Jetzt müssen wir aber hier mal Runden holen. Also der Server heißt das 2 only... Also das 2, Leerzeichen only, bei Kamikaze Clan EU. Wir können ja sonst auch auf kamikaze-clan.eu gehen. Da steht bestimmt der Public-Server direkt unter dem Joiners-Button. Kleiner Mini-Flame, den Kamikaze-klang über. Na, bist du noch im Chat mit Christina? Jetzt lacht sie schon die ganze Zeit. Das heißt, sie hat schon ein Witzchen. Wie er immer direkt ausmacht den Chat, wenn ich... Die Regie kann übrigens auch die ganze Zeit deinen Rechner abgreifen und lesen. Ja, dann sollen sie ihn doch reden. Und die lachen auch die ganze Zeit schon. Ja, wird mal Zeit für ein Re-Go hier. Ich hätte mal den Saw direkt erschießen sollen, denn der verbraucht mal eine ganze Sendezeit hier. Gott, stirb! Oder... Oh, jetzt ist voll hier. Oder wie Chefkoch immer sagte, stirb, du Hundekot! Oh, Multikill vom Pansi. So. Jetzt lass uns mal hier den CTs ein bisschen den Arsch aufreißen. Ich geh mal... B-Safe. Boah, was ist denn hier für Einstellungen, ey? Ich muss mal das Counter-Strike hier spielerisch einstellen. Das ist ja unterirdisch. Schöner Emotion, er rennt da rein. Aber erstmal HE hin da. Zack. Da ist... Fies blind gerade. Das Problem ist, wenn ihr euch wundert, warum euer Spiel laggt, müsst ihr mal euren Stream ausmachen. Pree ist ein Mädchenname, ist ja ein geiler Nickname. Geh weg da. Ich mach mal hier den Kahn, ey. Treffen wir leider nix. Oh, da holt er ihn weg, den Pansi. Ne, den Whisky in Flames. Schön vom Plateau. So. So. So.